Warte mal, bräuchte ich nicht noch eine andere dafür? So. Mal was probieren. Mal was probieren. Ah, Tastatur fliegt. Drück gar nicht, weil Tastatur fliegt. So. Ich wäre fast runtergeflogen. Nein. Alles gut. Batman. Ah. Oh Gott, schmeckt besser. Was besser? Ach, was ich trinke. Schmeckt besser. Du hast ja gesagt, du würdest was zu trinken, ne? Mhm. Was nicht kinderfrei ist. Aha. Was haben wir denn hier? Ein Seed? Ah, das ist... Okay, das bräuchte ich nicht. Ich brauche einen Kappa. Ich brauche einen Whetstone und... Kann ich einen ID? Nein. 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 Na, glaubt das noch jeder. Bist du doch. Nein. Ja. 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 Copper. Retulten und Redstone. Ja. Redstone. Schubidu. 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 Dudu. Hat er. Der Flash hat einen Knall. Ich weiß. Düm. 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 Das ist der Großen sogar. Gucken kann ich das jetzt. Stimmt. Ich kann es nicht hinzüchten. Na klar. Das nervig. Zombie, geh weg! Zombie. Geh weg von meinem Feld. Ne. Bleib mal bei seinem Feld. Nein. Überhaupt nicht. Hä? Überhaupt nicht hier bleiben. Ach doch. Ne, danke. Ich glaube die muss jetzt ausgewachsen sein, die scheiß Pflanze. Als ob du nicht so einen Knall hättest. Nein. Du hast einen mega Schatten. Hab ich nicht. Lüg doch nicht. Erzähl keinen Unsinn. Mach ich doch nicht gar nicht. Boah ich weiß was ich dann heute Abend wieder mache ey. Ja. Oder nachher noch die ganzen Dinger hochzüchten. Puh. Besonders so Whetstone, Eisen und Kopfer. Ja. So. Was waren das nochmal? Braun. Light Grey. Oh Gott. Was waren das nochmal? Zack. Jetzt haben wir einen Jagd da 10 Milliarden Baumüll durch. Boah. Aha. Weil man einfach zuviel Mist im Inventar hat immer. Ist normal. Den können auch weg. Ist doch nicht ganz ausgewachsen. Ich bin ein Holzkopf. Ich will Kupferpflanzen züchten. Anstatt Kupfer noch drunter zu packen. Nein. Ja nüchts. Bist du immer ein Holzkopf? Ich hab gar keinen Kupfer. Oh mein Gott. Ich muss noch Kupfer suchen. Kups. Ich find's lustig. Ja. Geht schnell. Die Frage ist. Ach so ein Knall. Ja. Das nicht. Ob man die. Pedal. Pedal Apotheke. Womit ich die Blumen mach. Ob man die nicht auch. Mit Pipes mit Wasser verbinden kann. Dass die immer dauerhaft befüllt werden. Weiß ich nicht. Da probier ich jetzt aber nicht aus. Kein Bock. Würde ich auch nicht. So. Die. Ich geh noch mal Fackeln mit. Aber da kann ich ja Plastikbeutel mitnehmen. Da hab ich ja sozusagen Rucksack ne. Oder nicht. Keine Ahnung. Nimmst du gucken. Ich nehm einfach mal spontan drei Stück mit. Naja. Mach den mal. Weil das lohnt sich ja eher. Meine Rüstung sieht noch super aus. So. Da rein. Da rein. Zack. Zack. Zack Zack. Zack Zack. Zack. Hier haben wir noch. Zack. 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 Dann die hier. Zack. 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 Vier brauche ich. Zack. 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 Wee 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 Alles sieht gut Und, da haben wir unsere erste... Ach ja Stimmt ja Living Rock Oh ja noch Living Rock Living Rock, Living Rock Bist du Fangen wir noch mehr So Schadze, V im Kopf auf jeden Fall mitnehmen Oh mein Gott, wo kommst du denn jetzt wieder her? Meine erste Throne Okay, jetzt Oh Gold Brauchen wir die, äh, Throne Pilz Okay, hab ich Block of Coal muss ich machen und Stein brauche ich Danke Block of Coal Ja Haben wir irgendwo normale Kohle? Komm mit Twilight Ich glaub wir haben irgendwo noch ein bisschen noch normale Kohle, ja Ich brauch nur einen Block, das ist... Oh mein Gott, ein shiny Ding, alles klar, nice Ja, irgendwo ist, guck beim, guck in die Kisten rein Na, noch ein Blech Erstmal Das drauf Das drauf Das noch Denn ein Pilz Hab ich ja Sind eigentlich noch ein Diamant und Kupfer Ist ja voll ja kein Kupfer hat, aber irgendwie 100 Ein Stein Das ist schön, wenn man eigentlich alles hat Eigentlich Natürlich hat man aber keine normale Kohle Weil auch Charcoal kannst du keine Blöcke machen Na Doch Charcoal-Blöcke geht auch Nein Klar gibt's Charcoal-Blöcke Äh... Hier aber nicht Wurde ausgeschaltet Flash Lol Hier wurde das abgeschaltet Ja, okay, wäre zu übertrieben wegen Stahlproduktion Genau Und das Modpack muss doch schon etwas schwerer sein, ne? Etwas? Wegen... Ist doch gar nicht, das ist vielleicht noch Ja, gut Weil du suchtest ja auch immer Ich suchte jedes Modpack zu Tode Ist genauso wie bei Davidor So schnell wie die die Sachen zusammen haben Ich werd grad voll in die Ecke gebumst Ey Weißkalt, ey Weißkalt, ey Da, Block of Coal Einen hab ich hier sogar noch Wo kriegt man nochmal Kohle raus, eigentlich? Äh, sieben Gravel Ich kann auch die Ach, dafür brauch ich aber erstmal Concuration Catalyst Dann kann ich Mana Ähm Mit Mana Kohle verdoppeln Guck mal Ja, guck mal Ja, aber dafür brauch ich erstmal Element... Element... Äh, Element... Elementium Ingrid Und die krieg ich halt erst, wenn ich Mana sehen, die in den Portal schmiss Also brauch ich erstmal das Portal Bäh Ihr seid geboostet, ihr Dinger Geht weg Aber ich find's halt gut, dass man Ähm Jeweils nochmal zwei Ruhm kriegt Bei einer Herstellung Bei einer Herstellung Oh, ist er so geboostet Schmatzkönig, du Schmatzkönig Oh mein Gott Diablock Nice Übertreib Übertreib An den nächsten Ruhm Hehehe Zack 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 Ach schon So, jetzt Brauch ich die Mana Wunde Dafür brauch ich eine Mana Pelle Und Fünf Mana, ihnen geht's Das kann ich nicht so schweren, dass ich eher Diamantenblöcke finde als Kupfer Okay Drei 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 Fünf Da Oder dass ich mir Mana Pelle noch gemacht hab Oh, Hi Creeper Gut, dass du grad nicht neben mir hochgegangen bist, dann wär ich tot gewesen Vor allem, wir schießen drei Mana Spader auf den Altar Neu Das geht schon schnell Das ist natürlich nice Da geht auf jeden Fall nicht weiter Achso Von der Mana gibt's nur eine, also von der Mana Rune gibt's nur eine Rune Weil Gab's nicht so eine Rune, wo man sogar fliegen konnte nachher? Ne? Gab's nicht so eine Rune